Herzlich willkommen bei der Firma Schlemming. Wir präsentieren Ihnen heute unsere Bixam-Stahl-Maßstäbe. Diese werden produziert von der Firma BMI oder Bayerische Maasindustrie auch genannt. Sie werden in Deutschland gefertigt. Es handelt sich hier um hartgewalzten Federstahl. Diese Bixam-Stahl-Maßstäbe sind rostfrei und sind unempfindlich gegenüber Chemikalien, Fetten, Ölen usw. Wie der Name schon sagt, sind diese sehr biegbar. Und wie man es hier sieht, kann man es auch nochmal in eine andere Richtung biegen. Wir haben jetzt eine ganz leichte Krümmung drin, aber die lässt sich sofort wieder entfernen, sodass wir gar keine Knicke hier irgendwie drin haben. Und diese, wie man sieht, liegen diese auch sehr flach auf. So, und diese gibt es in verschiedenen Längen. Wir haben jetzt hier einmal Probeweise die 10 cm, 30 cm und 50 cm. Wie man schon sofort erkennen kann, sind die 50 cm auch die längeren Maßstäbe etwas breiter. Ich halte das einmal hier vorne vor. Und dann gibt es noch verschiedene Maßeinteilungen, wie man das jetzt hier auch schon sehen kann. Den 30 cm haben wir einmal in Zentimeter-Millimeter-Maßeinteilung. Und die 50 cm und auch den 10 cm haben wir einmal unten mit der Zentimeter-Millimeter-Maßeinteilung. Und auch halbe Millimeter sind möglich. Aufgrund der matten Oberfläche sieht man auch, dass diese sehr gut ablesbar sind. Auch wenn ich jetzt hier diesen Maßstab dann leicht gegen das Licht halte. Sodass wir auch gar keine Spiegelung haben. Nur wenn man natürlich gar kein Licht hat, dann sieht man das dann schon wieder etwas weniger und schlechter. Ja, aber weiteren Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung. Die Artikel sind unterhalb dieses Videos verlinkt. feedeist. zehn Peer .